Servus Moin Moin und Herzlich Willkommen, ich grüße euch alle ganz herzlich, ich heiße Daniel und ich spiele hier gerade Ghost Recon Breakpoint, viel Spass bei Zuschauen. So, was für deine Mission wollen wir heute spielen, an der Make Leaser Mission? Ich möchte einmal hier öffnen und einmal die Texte kopieren, dann weiß ich genau, was für eine Mission ist das und was es geht genau. Da habe ich schon die Texte. 101 So, einmal hier markieren, nein nicht hier, sondern das. Ich wollte das. Alles klar, nimmer wäre das. Oha, es geht um diese Holzschüpfchen geblieben. So sieht aus hier. So weit dürfen wir mit rein, dann gibt es Alarm. Aussteigen. Und einmal hier. Hier, mir ins Tier. So, da ist eine. So, da ist eine Verstärkung. Oha, da ist eine Verstärkung. Oha, nein, es ist nicht gut hier. So, da ist nicht hier. So, da sind wir hier. Geht zur Seite, Mann. Was suchst du denn da? Mecki Da ist eine Schütze da Da ist auch eine Gelbschütze Alles warte Der geht Du kannst nicht Sie kennen Und jetzt geht hier weiter los, hier ist eine AIM, robotische Wage in der Lagerung des Wolves und dann haben wir hier wieder etwas zu jeder Menge. Wir wollen die Wolves und Soldaten hier. Zuerst möchte ich hier alle Scharfschützen erledigen, die sind am meisten gefährlich. Wir wollen die Wolves und Soldaten, wir wollen die Wolves und Soldaten. Wir wollen die Wolves und Soldaten, wir wollen die Wolves und Soldaten. Wir wollen die Wolves und Soldaten, wir wollen die Wolves und Soldaten, wir wollen die Wolves und Soldaten. Ja, der alarmiert alles. Der Funker alarmiert immer sofort, wenn ihr etwas an Vollverstärkung habt. Wir wollen die Wolves und Soldaten, die Wolves und Soldaten, die Wolves und Soldaten, die Wolves und Soldaten haben. Los jetzt! Jetzt muss ich schnell den töten. Denn ihr seht mich sofort an. Jetzt siehst du erschöpft aus. In der Halbzeit im Flugzeug. Hier ist keiner mehr, oder? Der Hals übersteckt. Der Hals übersteckt. Der Hals übersteckt! Lese. Fuck! Alles klar. Jetzt wird's höher. Jetzt kann ich schaden, eine Suche einzuleiten. S шт항 Stand. Ja? Ja? Wie ist das? Kiffer 2, 3, 2. Der Teufel hat die Bergstraße gesessen. 1, 2, 3, 2. 1, 3, 1. Was ist das? Was ist das? Wir sind gleich am Ende, Korski. Geh in Richtung. Feuer! Geh in Richtung. 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 Oh Ja Dann habe ich diese Waffe äh Maschinengewehr Ich wollte die andere Waffe die ich aus dem Biba äh bekommen habe Ne, bei der vorletzten Mission Entschuldigung Ich habe eine Waffe kostenlos bekommen Ja, ich habe viel Geld investiert in dieses Spiel Ich habe alles 100€ und dann habe ich über 300-400€ investiert Habe ich alles mögliche gekauft Waffen und alles scheiße was gab es vor ein paar Jahren, äh ne Was rede ich hier? Restes Jahr Ja Ok, wir müssen hier rein Ja Ja Was tun sie da? Los jetzt Oh Gott Ich komme raus Mach's los, ich komme raus Musik Auf Wfires Die 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 In Was Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020